Hey Freunde, Willkommen zurück bei Tomb Raider. Im letzten Port sind wir hier stehen geblieben und gerade zerschießen sie unsere Deckung. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht nach rechts bewegen. Oh, die Musik ist cool. Wir haben unsere AK wieder. Yeah, baby. Was ist jetzt passiert? Bin ich vor Spannung explodiert? Scheiße. Weg. Wo sind die? Ah, da war das Köpfchen wohl, das wird zu groß. Scheiße, man, der Typ. Er ist gefährlich. Was fällt dir eigentlich so zu erschrecken? Scheiße, ich wollte höher schreien als Lärm. Mann. Dreckige Bubus. So. Haben wir die Munition, die brauchen wir. Okay, der ist game over, der ist game over. Wow, 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 wow. Man muss hüpfen, man muss hüpfen. Okay, der ist tot. Hallo, Kumpel. Ja. Nein. Scheiße. Weg, 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 weg. Wo ist dieser Typ? Nö. Au. Ach, da hinten. Du lebst noch. Nichts mehr. Ich weiße. Ich weiße. Haha. Nein, das ist eine Überforderung Ich habe keine Munition für irgendetwas Dreckslera Ja, ja, toll Da, Schrotwinte, geht's doch Komm, hau drauf Ja, ins Knie Du wolltest Lera töten, aber dann bekam ich einen Fall ins Knie, hä? Ja, Witz ist schlecht Das Ding tötet ich jetzt Auch wenn du gar nicht gemacht hast, den Witz So Meine Güte, hätten wir das jetzt auch mal erledigt Zwei von drei Teilen der Schrotwille gefunden Das ist supi Haben wir hier noch ein bisschen Munition, natürlich Gucken wir mal, warum für die Munition Naja Rennen wir mal weiter Ins Licht In die Freiheit Bitte Freiheit Da wird bestimmt der Bändchen und wird nicht gleich jagen Oh man Das war aber nicht einer der Uni-Wächter Der Uni-Wächter war Die Mächtige Größer Komm, 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 komm He Opfer Gut Ist etwas schwierig mit den Joystecks zu zählen Aber gut, ist ja mein Fehler Ich könnte ja auch mit Maus und Tastatur spielen, aber Ich will dieses Feeling hier haben Das Feeling ist besser Scheiße, weg, 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 weg Nein Hey, ich hab doch gedrückt Zack Das war tödlich Das war Komm her, komm her, komm her Hau drauf, hau drauf Man Wie viel hältst du denn aus, Mann Keine Zeit Keine Zeit Hab ich dafür Oh oh Okay, komm her, komm her Na, was jetzt Eine richtige Killermaschine auf einmal, ha So, schnell, weiter Schnell, weiter Puh Jetzt kommt mir echt vor wie das Ende hier Aber das Spiel soll ja 13 Stunden haben Wahrscheinlich mit den ganzen Rumgesuch und so Mit den ganzen Tempeln Los, alle Findet die Auserwählte Ein harter Brocken nach dem anderen Nein Woah, 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 woah Woah, 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 woah Ich dachte, so was gibt es nur im Battlefield Aber hier bin ich sicher Schade Ich dachte, ich könnte sein Beinchen abknallen Schnappen wir uns den Typen von oben. Nein! Juken! Mach ihn alle, mach ihn alle, der lebt noch. Oh, die Lehrer kann mit großem Wurm noch nicht umgehen. Oh, da ist eine kleine Wurm. Was? Drück ich doch! Machst du Right Button, okay. Wir haben jetzt einen Granatenwiffer. Uh, nicht schlecht. Cool. So, mal eben ranschrauben mit bisschen Spuckeharspray. Passt schon. So. Passt. Sitzt. Gut. Wir haben einen Granatenwerfer. Gut, mit dem können wir jetzt... Okay, da steht eine nur noch. Und die brauchen wir hierfür. Welch Zufall. Was, störe ich die Party? Achso, das ist Holz. Ganz ruhig, Lehrer. Du machst ihnen ja Angst. Das dauert ja lange. Ja. Ja, viel Spaß damit. Ach, der wird noch. Oh, Mensch. Das gibt's doch nicht. Weißt du was, Granatenwerfer? Wir wissen, dass du hier irgendwo bist. Fuck. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Der mich an Granatenwerfer. Ich hab doch schon nach oben gezielt. Wohin soll ich schießen? In den Himmel? Mann. Mann. Explodieren die eigentlich direkt beim Gegner ein Fall da? Okay. Das ist auch gut zu wissen. Hat der... Das überlebt. Das... geht nicht. Das ist verboten. Ich hab... Ich hab den zuerst geöffnet. Da sind Granatenwerfer. Ah. Wie soll ich sehen? fliege euch alle! Geh auf! 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 Ich bin dabei! So, hätten wir das jetzt auch mal geklärt. Und ein kleines Snickerchen machen wir hier. Fähigkeitspunkte haben wir. Gut, und die verwenden wir für was denn? Kämpfer-Upgrades. Jetzt komm, machen wir das voll hier. Dann greifen sie nach einem Ausbau, wenn wir noch waren. Sie sind noch getötiger und können jeden Feind ausschalten. Das geht... Ach man, dann halt nicht. Jäger-Upgrades? Ja, brauchen wir gar nicht. Wir überleben Upgrades. Das ist gut, wir finden Pfeile wieder. Das ist doch gut. Das heißt, wir haben nun unendlich Pfeile. Wenn ich sie nicht vergesse, rauszuziehen aus den Feinden... Gut. Aber ich kann so schwer Leuten was... wegnehmen, wenn ich sie geschenkt habe. Machen wir mal einen Foot. Danke für die Pfeile. Danke. Ich kann auch endlich mal aufhören, hier alles zu brennen. Achso. Hallo? Sehen wir Sam? Ist das Sam? Das ist Sam. Knall sie ab, Mann. Komm schon. Stoßen sie wieder zu Sam. Gut, wir stoßen in Richtung Sam. Sam, ich komme. Sam, 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 halt durch. Du aber auch nicht. Hab ich kunden. Gah! Ja, mein... Komm her! Komm her! Das ist still ein Lehrer. Oh mein Gott, ist das ein Chaos! Ja Freunde, das ist Tomb Raider. Mhm, Call of Duty Raider. Was zum Teufel. So, ja, hier, komm. Die halten auch so viel aus, das ist unglaublich. Oh, halt die Fresse. Komm, flieg! So, verstecken, 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 verstecken. Moinig, 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 moinig. Das kommt von oben. Oh, hi. Geht los! Hier kommen doch gleich noch mehr, oder? Hier kommen doch gleich noch mehr runter, oder? Sind die schon tot? Ja. 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 Wie weit muss ich schießen? Es hat ihn in meine gekitzelt. So. Irgendwie soeben nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit war, oder was? Doch, Lara. Aber ich hatte schon so einiges aufgehalten, wenn ich ehrlich bin. Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Ross. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Dann kommen sie aus dem Lager der Solari. Gut. Ähm. Ähm. Im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Doombrider. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause von diesem Action geladenen Bad. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zusammen mit der Hand. Tschüss. Tschüss.